Für den Patiententransfer von einem Bett bzw. Sessel auf einen Tragsessel können folgende Medizinprodukte eingesetzt werden. Tragsessel, Haltegürtel, Deingurt. Ein wertschätzender Umgang, eine persönliche Begrüßung und eine genaue Erklärung der folgenden Maßnahmen sind für eine Vertrauensbildung zwischen Sanitäter und Patienten wichtig. Mit möglichst wenig Kraftaufwand soll Hilfe beim Aufstehen, Umsetzen, Umlagern etc. angeboten werden. Der Haltegürtel besteht aus einem gepolsterten Polyestermaterial. Er wird dem Sanitäter oder dem Patienten um den Bauch gelegt und mit Hilfe eines in der weite verstellbaren Schnellverschlusses geschlossen. Die Innenseite des Haltegürtels ist mit einem rutschhemmenden Material versehen, sodass er auf der Kleidung gut haftet. Viele Tätigkeiten könnte der Patient selbst durchführen. Er wird aber eventuell durch den Sanitäter in den Bewegungsabläufen eingeschränkt. Was der Patient eigenständig kann, soll von ihm auch eigenständig durchgeführt werden. Der Sanitäter kann den Bewegungsablauf sehr gut steuern. Der Beingurt unterstützt das Umsetzen des Patienten. Er wird unterhalb der Kniehöhe locker und sanft um die Beine des sitzenden Patienten gelegt und mit dem Klettverschluss verbunden. Der Sanitäter stellt jetzt den Fuß leicht zwischen die Füße des Patienten. Der Beingurt fixiert das Stehvermögen des Patienten während des Aufrichtens beim Transfer und erlaubt dem Sanitäter, mit leichtem Gegendruck gegen den Beingurt die Drehbewegung zu stabilisieren. Der Beingurt kann mit dem Haltegürtel kombiniert werden. So wird der Transfer erheblich rückengerechter für den Sanitäter, sowie schonender und leichter für den Patienten. So wird der Transfer erheblich rückgelt.